Da habe ich jetzt hier vier Pflaster, Sie dürfen eins aussuchen, oder sag mal zwei. Dann nehme ich ne Flamingo. Ja. Und der Katzenhund ist auch dabei. Und dann nehme ich ne Katze. Okay, dann hier. Danke. Boah, warum kriegt sie so viel und ich so wenig? Weichen Pflasterfetisch hab und die sammel. Wie Briefmarken. Nee. Aber in Cannabis-Sorten ganz gerne. Das haben wir nicht. Hab ich schon gefragt. Das kommt danach erst, sobald Level 1 abgeschlossen ist. Also ich habe eine Migräne und ich brauche ärztlich verschriebenes Gras. Der Versuch ist gar nicht so schlecht. Das war kein Witz. Fragt euch mal, warum man manchmal so dämlich ist. Der braucht nichts Zeug. Der braucht das Zeug. Also der Kollege ist wieder angezogen, Sie können sich umdrehen. Jetzt weiß ich nicht, ob ich es will. Ne, dann krieg ich noch eine. Nein. Sie können ruhig aufstehen. Also... Warte. Soll ich... Easy. Easy. Sehr schön. Easy. Easy. Also what's problem? Gut. Also sollten vermehrt Schmerzen auftreten oder Sie merken, die Wunde wird warm oder dergleichen, kommen Sie einfach nochmal vorbei, gucken wir nochmal drauf. Aber ansonsten gehen wir jetzt einfach von so einer Leichenfällung aus. Es hat halt die Haut so abgeschirrt und geschrubbt. Ich darf nicht. Und äh... Aha. Das ist eine sogenannte Risswunde, wie man sagt. Also gegen das Auto treten wäre Auto böse. Ja, würde ich es zwar nicht machen, wenn die Auto zu schwer ist. Vielleicht geht es nochmal auf, wenn das Schloss nicht geschrubt dran ist. Und dann geht es nochmal ans Knie oder am Oberkörper. Wäre vielleicht nicht so fehlenswert. Hm. Aha. Tja. Gut. Dann bringen wir sie wieder nach oben. Ja. Von unserer Seite entlassen sozusagen. Ja. Yes. Ja, warum sollen wir sie dann auch hier behalten? Weiß ich nicht. Deko. Wir passen farblich gut hier rein. Ja, eigentlich schon. Das ist so richtig. Jetzt. Das stimmt. Und jetzt Rollrasen zum Beispiel. Rollrasen. Aha. Also ja, es sieht ähnlich aus wie Rollrasen, ist aber tatsächlich keins. Einfach nur ein anderer Farbcode, dass es sich von allen anderen abhebt. Was? Das ist rot. Was ist roter Sender? Nein, das ist grün. Also. Farbcode? Sie hat aber irgendwas mit Farbe und Code gesagt. Wie scheiße. Ja, Farbcode ist die Farbe. Ach so. Wenn ihr das gemacht worden ist. Ja. Gut. Das grüne Satz hat aber wahrscheinlich auch ein Farbcode. Ja, genau das. Ja. Ja. Oh. Also wenn irgendwas ist, einfach wiederkommen. Ja. Kommt. Achtung auf die Farbcode. Das sind ja Stammgäste. Noch nicht alles. Kommt noch. Okay, ich arbeite schon für. Kommt noch. Das ist ja so. Ja, ich hoffe, dass sie sich jederzeit verletzen. Herr Falk, das wünschen mir doch keinen. Ja, ich versuch mich zu verschlimmern. Das ist. Ja, dann auf geht's. Dann machen wir's immer. Aha. Nein, sie passen bitte alle beide gut auf sich auf. Okay. Genau. Also. Aber nicht gegenseitig aufpassen. Haha, hat sie nicht gesagt. Hat sie nicht gesagt. Okay. Gut. Gegenseitig aufeinander aufpassen. Schön aufeinander aufpassen. Schön aufeinander aufpassen. Oh mein Gott. Du darfst doch deinen Bruder doch nicht auf die Straße schupfen. Was macht der da? Das ist nicht mein Bruder, aber er ist wie ein Bruder. Deswegen will ich ihn nicht nackt sehen. Das meinte ich ja gerade, dass er wie ein Bruder wahrscheinlich ist. Das meinte ich. Nicht, dass er der Bruder ist. Jetzt will ich ihn noch mehr auf die Straße schubsen. Komm, wir fahren. Yes. Also, bis dann. Tschö mit euch. Bis dann. Tschö mit euch. See you later alligator. Adios, amigos. Ciao mit auch. Halt die Ohren steif. Ich verabscheue mich. Auch wir singen. Ich mag mich vom Acker. Man siebt sich. Schöpum mit auch. Ey, was gibt's noch raus so? Mach's gut, aber nicht zu oft. Mach's gut. Ich mach's besser. Auf Wiederhörnchen. Bis Dennis. Auch Reinhardt. Man sieht sich. Wir haben ja Augen. Schönes Knochenende. Bundesgartenschau. Oh. Warte sonst. Ich hab alles vergessen. Ich hab alles vergessen. Ich hab alles verếnHAN. Allesidable. Untertitelung des ZDF, 2020